Michael Clark Duncan ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Der Schauspieler erlag in Los Angeles den Folgen eines Herzinfarkts. Bekannt gemacht hatte ihn seine Rolle als gutmütiger Todeszellenhäftling im Drama The Green Mile. Los Angeles, seine Hollywood-Karriere begann als Leibwächter, seinen Durchbruch als Schauspieler feierte der 1,96-Metermann mit The Green Mile, Michael Clark Duncan ist tot. Er starb am Montag im Alter von 54 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles. Das teilte seine Verlobte Oma Rosa Manigot mit. In der Erklärung hieß es, Duncan habe am 13. Juli einen Herzinfarkt erlitten, von dem er sich nie vollständig erholt habe. Der Schauspieler wurde 1999 durch seine Rolle in der Verfilmung des Stephen King-Romans The Green Mile bekannt. Für seine Darstellung eines verurteilten Mörders im Todestrakt an der Seite von Hollywood-Star Tom Hanks wurde Duncan für einen Golden Globe und einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Hanks spielte in dem Film die Hauptrolle eines Gefängnisaufsehrs, der Häftlinge zur Hinrichtung begleitet. Er hat Zweifel an der Schuld des sanften Riesen. Ich bin unfassbar traurig über den Verlust von Big Mike. Er war ein Schatz, den wir alle am Set von The Green Mile entdeckt haben, sagte Hanks. Duncan sei ein großer, liebenswürdiger Mensch gewesen. Sein Tod lässt uns fassungslos zurück, so Hanks. Seinen Erfolg hatte Duncan unter anderem Hollywood-Star Bruce Willis zu verdanken. Dieser schlug Duncan für A The Green Mile vor, nachdem die beiden gemeinsam den Katastrophenfilm Armageddon, das jüngste Gericht, 1998, gedreht hatten. Duncan und Willis standen später auch für die Filme Breakfast of Champions, Frühstück für Helden, 1999, Keine halben Sachen, 2000, und Sin City, 2005, gemeinsam vor der Kamera. Duncan wurde 1957 in Chicago geboren und wuchs bei einer alleinerziehenden Mutter auf. Als seine Mutter krank wurde, brach Duncan sein Studium ab und arbeitete unter anderem als Türsteher, um sie finanziell zu unterstützen. In Los Angeles war er später als Leibwächter von Stars wie Will Smith und Jamie Foxx tätig. In ersten Filmen und Fernsehrollen war Duncan meist als Türsteher oder Leibwächter zu sehen, unter anderem in Boulevard, 1998. Der hühnenhafte Schauspieler mit der tiefen Stimme wurde später neben Comic-Verfilmungen wie Daredewill, 2003, auch für Animationsfilme, Kung-Fu Panda, 2008, und Komödien engagiert, Ricky Bobby, König der Rennfahrer, 2006.